Eine Vorgabe, die Amazon-Händlern auf der Plattform macht, ist, dass Rechnungen zu Amazon hochgeladen werden müssen, wenn es sich beim Käufer um einen Amazon-Business-Käufer handelt. In dem Fall muss innerhalb von einem Werktag nach Versand der Ware die Rechnung im Seller Central zum Download bereitgestellt werden. Macht man das nicht und übersteigt diese sogenannte Rate an Rechnungsmängeln 5%, drohen Sanktionen. Die können reichen bis hin zu einer Account-Sperrung. Um das zu lösen, fallen verschiedene Begriffe. VCS, VCS Lite, IDU. Was steckt dahinter? Ist das mit EasyBill kompatibel und was muss ich jetzt tun? Das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Der Amazon Umsatzsteuerberechnung Service oder auch VCS steht für VAT Calculation Service. Das ist die Lösung, die Amazon primär empfehlen würde. Und die gibt es in zwei Ausfertigungen. Es gibt die Standardvariante, in der Amazon nicht nur die steuerliche Berechnung übernimmt, sondern auch die Rechnungen in ihrem Namen erstellt und dem Käufer zum Download bereitstellt. Mit EasyBill haben Sie aber einen von wenigen Ermittlern in Deutschland, die, weil wir die steuerliche Berechnung von Amazon übernehmen, selbst die Rechnungen schreiben und eben zu Amazon hochladen dürfen. Warum das die vielleicht etwas bessere Variante für Sie sein kann, werden Sie gleich wissen. Aber fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt der Umsatzsteuerberechnung Service und was steckt dahinter? Wenn Sie den Umsatzsteuerberechnung Service nutzen, dann liegt zum einen die gesamte steuerliche Logik bei Amazon. Heißt, Sie müssen für jedes Land, in dem Sie Wache lagern, auch eine Umsatzsteuer, die bei Amazon hinterlegt haben. Sonst nimmt Amazon hier keine steuerliche Berechnung vor, da Amazon nicht weiß, ob Sie die Steuer, die dann berechnet würde, auch tatsächlich abführen würden bzw. überhaupt abführen können. Zusätzlich geht Amazon immer davon aus, dass Sie am OSS-Verfahren teilnehmen. Das heißt, dass Sie ziellandbesteuert agieren. Wenn Sie jetzt bei Amazon aber keine Angabe darüber machen, für welches Land Sie sich für das OSS-Verfahren registriert haben, üblicherweise ist das das Land Ihres Firmensitzes, dann nimmt Amazon, wenn ein Versand in ein Land geht, für das Sie eben keine Steuereid hinterlegt haben, auch keine Berechnung mehr vor. Ein Beispiel hierzu. Ein deutscher Unternehmer lagert zusätzlich Ware in Polen und in Tschechien. Jetzt kauft ein Kunde mit einer Lieferadresse in Österreich bei ihm. Amazon würde hier keine steuerliche Berechnung vornehmen, da weder eine Umsatzsteuer-ID für Österreich vorher hinterlegt wurde, noch der Händler gesagt hat, dass er am OSS-Verfahren teilnimmt und eben über dieses OSS-Verfahren dann österreichische Steuer melden würde. Man muss also zwingend das OSS-Verfahren einsetzen, damit für alle Bestellungen eine Berechnung vorgenommen werden kann. Auch wenn ich den Schwellenwert von 10.000 Euro für grenzüberschreitende Lieferungen in der EU an Privatpersonen noch gar nicht überschritten habe. Diese Fälle, die ich jetzt genannt habe, wo Amazon keine Berechnung vornehmen würde, die würden gleichbedeutend damit sein, dass Amazon auch keine Rechnung schreiben würde. Normalerweise könnte Easy-Bild es dann auch nicht, weil uns ja von Amazon die steuerliche Berechnung ebenfalls fehlen würde, auf deren Grundlage wir dann agieren. Es gibt dabei in Easy-Bild eine Option, wo Sie sagen können, wenn Amazon keine steuerliche Berechnung vorgenommen hat, dann soll Easy-Bild eben diese Berechnung vornehmen auf Basis der steuerlichen Logik, wie sie dann in Easy-Bild in unserem Importmanager hinterlegt und vorgegeben wurde. Eine ganz wichtige Information für Kleinunternehmer, die Umsatzsteuer befreit sind. Sie können den Umsatzsteuerberechnungsservice gar nicht nutzen, denn Amazon sieht diese steuerliche Option einer Steuerbefreiung aufgrund der Kleinunternehmerregelung gar nicht vor und würde immer davon ausgehen, dass sie steuerpflichtig sind und Steuerausgewiesen werden muss. Wenn nicht alle Waren, die Sie bei Amazon anbieten, dem regulären Steuersatz unterliegen, von zum Beispiel in Deutschland derzeit 19 Prozent, oder die Waren nicht in allen EU-Ländern steuerlich gleich behandelt werden, heißt, in dem einen Land ist Ihre Ware vielleicht steuerlich ermäßigt, in einem anderen Land aber unterliegt die dem dortigen regulären Steuersatz. Dann muss es bei Amazon über die Zuweisung eines Produktsteuercodes hinterlegt werden. Da gibt es bei Amazon eine recht große Auswahl an Produktsteuercodes für verschiedenste Kategorien. Dazu habe ich Ihnen auch einen Link zu einem Blogpost von uns zu dem Thema mal in die Beschreibung gesetzt des Videos. Der geht da ein bisschen detaillierter drauf ein. Diese Steuercodes können entweder global für den Account hinterlegt werden, zum Beispiel, ich weiß, ich verkaufe nur Bücher. Dann würde ich diesen Produktsteuercode-Buch einfach für alle meine Artikel global ansetzen. Ich kann aber auch für einzelne Artikel abweichende Produktsteuercodes hinterlegen, wenn eben gewisse Artikel nicht meiner Standardvorgabe entsprechen. Nehme ich keine Vorgabe vor, dann nutzt Amazon einen Produktsteuercode, der in allen EU-Ländern die jeweils dort geltenden regulären Steuersätze ansetzt. Überlassen Sie Amazon die Rechnungserstellung, dann haben Sie bis auf das optionale Hinzufügen eines Logos keinen Einfluss auf das Layout. In Easybill können Sie natürlich flexible Anpassungen für Ihr Layout vornehmen, damit das Ihrer Corporate Identity auch entspricht. Egal ob Easybill oder Amazon jetzt aber die Rechnung schreiben, die werden nicht per E-Mail versendet, sondern ausschließlich ins Seller Central hochgeladen, sodass sich der Käufer bei seiner Bestellung die Rechnung entsprechend runterladen kann. Und das betrifft dann immer auch alle Käufer und lässt sich nicht zum Beispiel nur auf solche mit einem Amazon Business Account einschränken. Wenn Sie die Rechnungserstellung durch Amazon nutzen, dann kann Easybill die so generierten Dokumente als Duplikat in Easybill nachbilden. Wir übernehmen dann die Rechnungsnummer, die Amazon vergeben hat. Wir übernehmen die Beträge, die Amazon berechnet hat, setzen aber ein großes Wasserzeichen Replika einmal schräg übers Dokument. Diese Dokumente sind dann nämlich nicht die steuerlich maßgeblichen Dokumente, die beispielsweise zur Aufbewahrung für eine Steuerprüfung oder für die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, in Deutschland sind das bei Rechnungen zehn Jahre, die dem halt unterliegen, sondern das wären immer die Dokumente, die Amazon generiert hat und die Sie im Seller Central dann herunterladen können. Da müssten Sie dafür Sorge tragen, dass die entsprechend lange verfügbar sind und dass Sie den Zugriff darauf haben, auch wenn Sie vielleicht irgendwann mal den Verkauf auf Amazon einstellen. Lassen Sie Easybill die Rechnung erstellen, ist das natürlich ein bisschen anders, weil dann haben Sie hier im Easybill-Account stets den Zugriff und dann sind die von Easybill erstellten Dokumente die maßgeblichen. Aber auch wenn Sie Duplikate erstellen, haben Sie somit die Umsätze Ihres Amazon-Accounts immer in Easybill und könnten beispielsweise einen Export dieser Daten an den Steuerberater auch vornehmen, inklusive der von Amazon vorgebenden Rechnungsnummern, der Bestellnummern und allen Daten, die der Steuerberater eben brauchen kann. Ein großer Vorteil vom Umsatzsteuerberechnungs-Service, der tritt gegenüber Business-Käufern auch zu Tage. Ich habe also nicht nur die Pflicht, denen eine Rechnung hochzuladen, sondern ich habe auch Vorteile an der Stelle. Zum einen ist es so, dass ich als Nutzer des Steuerberechnungs-Services, als Händler ausgezeichnet werde, der garantiert eine Rechnung ausstellt. Das ist natürlich zum einen schon mal sehr ansprechend für den Käufer, zum anderen kann sogar der Administrator eines Amazon-Business-Accounts Einkaufsrichtlinien festlegen und den Nutzern des Accounts untersagen, bei Händlern zu kaufen, die eben nicht garantiert eine Rechnung ausstellen. So würden Sie dann quasi durchs Raster fallen, wenn Sie nicht am Umsatzsteuerberechnungs-Service teilnehmen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn Sie nicht am Umsatzsteuerberechnungs-Service teilnehmen, dann weist Amazon ganz normal Bruttopreise bei Ihren Waren aus. Nehmen Sie aber daran teil, weist Amazon die für den Businesskäufer im Regelfall viel relevantere Nettopreise aus und gerade im Vergleich mit Mitbewerbern wirken Sie plötzlich nicht mehr teurer, weil bei Ihnen die Bruttopreise, der Mitbewerber aber die Nettopreise listen kann, sondern Sie haben den gleichen Vorteil an der Stelle. Wenn Sie jetzt wünschen, dass Sie den Umsatzsteuerberechnungs-Service nutzen, aber Isabel die Rechnungs-Erstellung für Sie übernehmen soll, dann ist das relativ einfach möglich. Sie müssten in den Steuerberechnungs-Service-Einstellungen beim Seller Central hinterlegen, dass Sie Ihre eigenen Rechnungen erstellen und hochladen werden. Wenn Sie diese Option, die ich Ihnen jetzt gerade einblende, im Seller Central noch nicht sehen, dann nehmen Sie kurz Kontakt mit unserem Support auf. Das kostet uns eine E-Mail an Amazon und lässt relativ schnell dann diese Option für Sie freischalten. Die hat nämlich nicht zwangsläufig schon jeder Amazon-Käufer direkt freigeschaltet, ist aber gar kein großer Aufwand für uns. Zusätzlich müssten noch die ein oder andere Einstellungen auch im Isabel vorgenommen werden. Dazu habe ich Ihnen auch in die Videobeschreibung eine Anleitung verlinkt. Hier hilft aber natürlich auch unser Support-Team gerne weiter. Für Händler, die aus irgendeinem Grund nicht am Umsatzsteuerberechnungs-Service teilnehmen wollen oder vielleicht, weil sie Kleinunternehmer sind, gar nicht daran teilnehmen können, gibt es neben VCS und VCS Lite eine weitere Variante, die Rechnungen zu Amazon hochladen zu können. Das nennt sich dann IDU, der Invoice Document Uploader. In den Fällen liegt die steuerliche Logik bei Isabel. Das heißt, Einstellungen wie, ob Sie am OSS-Verfahren teilnehmen oder nicht, ob Sie im Ausland Waren lagern oder nicht. Sowas muss alles dann in Isabel hinterlegt werden. Genauso wie, wenn bestimmte Waren bei Ihnen dem ermäßigten Steuersatz unterliegen oder Waren von Ihnen in verschiedenen EU-Ländern unterschiedlich steuerlich behandelt werden. Diese Einstellungen treffen Sie dann in Isabel. Anleitungen hierzu, zu diesem gesamten Themenkomplex, finden Sie in unserem Hilfesender. Das habe ich Ihnen natürlich in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Auch hier hilft natürlich aber unser Support-Team gerne weiter, wenn Sie Fragen dazu haben. Und in diesem Video hier, da zeige ich Ihnen, wie Sie Amazon grundsätzlich überhaupt erstmal mit Isabel verbinden und würde mich freuen, wenn Sie da jetzt auch mal reinklicken. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.